Junge, da kommt er, Alter! Ihr Freunde, was geht ab? Ach du, hoi, scheiße, ist die laut! Fuck my life, Alter! Aber steppen wir nach Hause kommen die paar Meter? Ohne DB-Killer, tschüss, ist die laut! Tschüss, voila, 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 laut! Boah, wir fahren garantiert durch den Tunnel, Alter! Alter, das ist laut! Junge! Boah, ich freu mich so auf den DB-Killer! Was? Auf den DB-Killer, was ist lauer denn? Man freut sich auf den DB-Killer, ich meinte auf den Tunnel! Alter, das ist laut! Alter, so kann man doch nicht rumfahren, Alter! Alter, das ist laut! Meine Ohren! Also, fast 127dB sind das, ich hab eh mal gemessen! Äh, ich weiß nicht, ob das so ganz korrekt war, weil ich war nicht so weit vom Ausflug weg, aber... Ich hab da eine Challenge angesprochen, also könnt ihr gerne auch in diesem Abstand das Messgerät halten! Alter! Fick de scheiße, ist die laut! Boah, da ist ein Tunnel! Okay, jetzt geht's ab! Alter! Alter! Boah, diese Fehlzölle mit! Junge! Da kommt der... Alter! Dazu kommt noch ein Video! Alter! Alter! Ist die scheiße laut! Ey! So krass! Ich komm nicht mehr darauf klar, ne? Alter, meine Nase läuft so, ey! Wie mein Motorrad, das läuft auch! Bei mir läuft! Boah! Kommt gleich noch ein Tunnel! Alter Schwede! Also so kann man... Das ist da unten fahrbar, Junge! Wie lauf den 170dB! Boah, diese Fehlzündungen, Alter! Ich weiß nicht, ob die das hört, aber wenn ich ohne Kupplung hochschalte... Alter, hört sich das geil! Toll! Dazu kommt auf jeden Fall nochmal ein Video! Zum Sound! Alter Schwede! Okay, also ich packe garantiert alle am Wochenende ab, wenn ich jetzt durch mein Ghetto fahre... Ist mir aber egal! Alter! Ich frag mich, ob da Flammen rauskommt! Alter, das ist doch nicht mehr normal, ey! Ich komm darauf nicht klar! Scheiße, ne? Ich komm darauf nicht klar! Alter! 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 Da geht ja alle gucken! Ich fühl mich voll beobachtet! Fahr doch Junge! Mann! Das ist wie zu laut! Ich mach auf jeden Fall die Zündung jetzt aus, wenn ich da in meine Garage reinrolle! Also wenn euch dieses Video gefallen hat, mir gefällt es auf jeden Fall! Lasst ein Like, ein Abo da! Und wir sehen uns beim nächsten Mal! Peace! Hau da rein! Süß! Lolos Süßß vuenn